Mein Name ist Dimitri Raspano, ich bin Kundenberater bei der Deutschen Telekom Kundenservice. Zu meinen Aufgaben gehört es den Kunden zu beraten, zu informieren, aber auch vertrieblich orientiert zu handeln. Wir telefonieren Bestandskunden ab, um zu sehen wie der Service bei uns ist und aber auch um den Kunden unsere Angebote bereitzustellen. Wir behalten nebenbei auch noch Kundenanfragen per E-Mail, telefonisch, also ist uns sehr wichtig Kundenzufriedenheit zu generieren, also den Kunden wirklich zu begeistern. Ein Bewerber sollte Kommunikationsfähigkeit mitbringen und auch ein vertriebliches Geschick. Standardprozesse mit unseren PCs sollten gegeben sein. Zu Beginn finden intensive Schulungen statt, damit man alle Arbeitsprozesse gut bewältigen kann. Wenn Fragen sind oder man Hilfe braucht, sind die Kollegen für einen da, vor allen Dingen auch die Teamleitung. Die Teamatmosphäre hier ist sehr gut, man freut sich, wenn man zur Arbeit kommt. Ich bin in meiner Position im Vollzeit tätig, aber wir haben genauso die Möglichkeit Teilzeitkräfte einzustellen. Wir als Großkonzern bieten viele Sozialleistungen an und eine ausgeprägte Altersvorsorge. Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, da wir immer verschiedene Kunden haben, immer andere Fälle bearbeiten und auch da wieder persönlich auf den Kunden eingehen müssen.